Da hat es nicht einmal Straßen rauf gegeben. Da ist das Gepäck von den Gästen vom Schiff weg mit den Ochsenkorn raufgefahren worden. Und die sind dann am Anfang drei, vier Wochen ablehnt. Das ist eine richtige Sommerfrische aus der Stadt. Die Scherhaufen-Burm machen einen Ausflug. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Hier am Attersee geht's auch den Tieren gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017